Doppel-Olympiasieger Hunder Möse Nikolon RT auf Nach mehr als 13 Jahren ist Schluss. Peter Nordhuk hat seine glorreiche Karriere beendet. Der 32-Jährige geht als einer der besten Langläufer aller Zeiten in die Geschichte ein. Norwegens Langlauf-Idol Peter Nordhuk beendet seine Karriere. Diesen Entschluss verkündete der Rekord-Weltmeister und Doppel-Olympiasieger von Vancouver am Mittwoch während einer Pressekonferenz im Lerkendal-Stadion von Trondheim. Der 32-Jährige hatte zuletzt bereits erklärt, angesichts anhaltender gesundheitlicher Probleme befinde er sich in historisch schlechter Form. Unter Tränen teilte er mit, als ich ein kleiner Junge war, hatte ich den Traum, ein guter Skiläufer zu sein. Ich bin stolz darauf, wie ich das geschafft habe, sagte er und ergänzte, wenn der Langlauf so lange daneben war, ist es schwierig aufzuhören, aber gleichzeitig fühlt es sich auch gut an. Nordhuk hatte zahlreiche große Siege gefeiert, darunter die Olympia-Rennen 2010 über die 50 Kilometer und im Teamsprint. Überdies holte er in Vancouver jeweils einmal Silber und Bronze. Nordhuk sammelte quer über alle Distanzen von 2007 bis 2015 insgesamt 13 WM-Titel, zweimal gewann er den Gesamtweltcup, 2010-2013. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team